hallo zusammen da sind wir wieder im alten ring hier mit gloria ja und zwar hier beim feuer riesen wir waren ja noch nicht drin wir haben noch kein nebelwand ich will mal gucken oder ausprobieren was passiert wenn wir hier den schleier des imitators nehmen was ich auch nicht weiß ist also ernst weiß ich gegen blutung ist er nicht so gefeiert kriegt er also blutungsschaden kriegt er mit einfachen worten ausgedrückt kriegt er eigentlich auch feuerschaden eigentlich theoretisch sage ich einmal wenn er selber feuer macht kriegt er doch auch kein feuerschaden sondern eher blitz vielleicht auch frost ich weiß es nicht oder magie was so wirklich hilfreich ist kann ich nicht sagen oder ist auch stumpf schaden besser wie schnittschaden oder schnittschaden besser wie stumpf schaden ich weiß nicht ob der hammer die richtige wahl ist aber ich will das jetzt mal ausprobieren erstmal im imitator ob er reagiert oder ob man sich jetzt an den rand schleichen kann als getarnt als was weiß ich was da drin alles als schnee als schneeflogen vielleicht hahaha nein nein nicht lachen okay oder wenn das nicht wirkt ich habe wie gesagt auch noch was mit frost oder schläft da schläft da vielleicht habe ich auch schlafen jetzt probieren wir gehen mal da neu wir könnten jetzt schon balala und zwar imitator der schlafen ach ach nee oder ach guck mal da ein geist eines drehbugs komisch na ok jetzt pass mal auf wo ist er der rechts misst das sei irgendwo rechts sei lexander ist nicht hier weil ich alexander noch beschützt kann wo der überhaupt ist er müsste jetzt eigentlich beim magma lindwurm sei in elmeer im gelmeer da ist er hallo hallo das kameres oder ist er noch in verwandten anwesenden mit gehen wir ganz langsam vor wenn noch sieht er uns nicht da kommt jemand auch geholt ach so das ist guckt ja nicht her wenn man so will wenn man sich bewegen dann müsste man normalerweise eigentlich ein ziemlich weit vorgemahnte fuß gleich und einfach mal draufwäsche schläft er auch nee also ohne schlaftopf geht doch nichts aber die zeit moment ich könnte dir jetzt nicht vorstürmen lachte vorangehen oder uns jetzt bemerken da haben wir eine linie überschritten das hätte einen scheiß weg was mir da gemacht haben oder so großartig passen auf liebe holo macht er mir einen scheiß weg mit schlöwe doch ewe wir mussten der werfe ach komm schlöwe doch ob schlöwe doch bis er er schläft mit er ist da bist jetzt oder ja komm her achtung Warte mal, ich hole mal den Hüttegau da. Bleib mal da hinten, ich geh mal nach vorne. Wenn es zu weit weg ist, macht er wieder seinen extremen Angriff. Schiebt er dich mit dem Schnee zu? So. Warte mal, wir rufen mal Neffeli. Mach doch mal Licht, du siehst doch nichts. Neffeli holen. Neffeli macht Blitz, also schläft schon zu wirken. Ja gut, das kann ich jetzt nicht machen da. Deshalb habe ich die Keule. Die Keule habe ich auch noch dabei. Irgendwo, ich weiß noch nicht wo. Oh, ich bin ausgewischt. Neffeli! Oh, er hängt. Warte mal, was kennt ich denn da? Blutung? Ja, der Blutung ist immer ja. Und da hin, oder? Neffeli! Bein! Rechtes Bein von dir aus! Oh! Oh Neffeli! Oh Neffeli! Oh, du Scheiße! Oh! Brutal! Oh Neffeli hat den Zopf abgeschnitten irgendwo. Wow, wow, wow. Wir hätten Väter noch mal was getrunken vorher. Ein Schlückchen. Okay, langsam. Komma, schade war nichts. Also Feuer scheint nicht so zu prickeln zu sein. Aber wir haben ja noch Frosty. Wir probieren mal mit Frost. Blitz und Frost. Ne, wenn die Schneffeli ruft, die macht Blitz. Den Scheiße kann ich raus tun. Raus mit dem Dreck. Also das mit dem Schleier wirkt auch nicht. Habe ich noch irgendwas? Da rein? Ach, Feuerabwehr könnte ich neu machen. Warte mal. Was passiert denn da, wenn ich so Feuer neu mache? Ah, gut. Mal bisschen Feuerabwehr, ne? Und jetzt... Heppeti, heppeti... Oh, da liegt was. Du bist denn die Falschrichtung? Das ist egal, was da liegt. Ne, nimm's mit. Ja, wo muss ich denn da hin? Ach du Scheiße, was ist denn das da jetzt? Hallo, ich bin da falsch, oder ne? So muss ich hin. So, dann gehen wir nochmal neu. Das war ja recht unglücklich, ne? Jetzt habe ich die Drachenhellebade, die ist auf 9. Die macht Blitz und Frost. Gucken wir mal, wie weit das wir da kommen. Halt. So, wir rufen aber Neverly später wieder. Aber diesmal erst in der zweiten Phase. Halt, Flammen gibt mir Kraft. Halt. Habe ich vergessen. So. Okay, Kollege, wir sind hier. Wo bist du? Ich habe die Hellebade aus Hellebad. Ah. Oh, Felser. Wo ist er denn? War der nicht eben noch da? Ach, da hinten. Da hinten ist er. Ich muss jetzt bloß uns passen. Ich habe nur noch einer, weil das brauche ich für Neffeli dann. Neffeli, komm her. Wir trinken einen Kaffee. Oh, Feuer. Oh, wow, wow, wow. Das habe ich unterschätzt jetzt. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ich weiß es mal, hör. Ja. Jetzt spielen. Mit dem Baller. Do früh. Achtung, da kommt die Mann her. Oh, 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 oh. Ach komm, die scheiß Felsen, ich mach's, ich rupf's raus, wenn ich fertig bin. Oh, liebelei. Bin kalt. Achtung, Feuer. Haben wir noch genug? Oh, ja. Er löst sich nicht Ball auf der Balle, du? Scheiße. Verlacht, Drecksding. Oh, jetzt latscht er wieder durch die Gegend. Und wieder so ein Balle. Okay, Freunde, jetzt pass auf. Wir haben aber noch nicht die zweite Phase. Wieso haben wir ihn eigentlich noch keine zweite Phase? Wir haben doch schon mehr als die Hilfe. Ich muss noch mal hineinzoomen, ja. Ich gebe. Oh, oh, oh. Halt nicht, du magier. Okay, kein Thema. Steig auf. Du bist ein bisschen vorsichtig jetzt. Du weißt, was passiert, wenn dich so einer trifft. So, jetzt. Finger. Nefeli. Come on, mein Freund. Also da zwei, ah ja, da sind ja immer zwei dabei. So. Komm her, Kumpel. Wie ist denn das? Oh, was ist denn jetzt los? Oh, das ist ganz schlecht. Nefeli. Dein, ah, dein Auftritt. Oh, was schätzt. Und wir haben noch zwei. Aber von der anderen habe ich keine mehr. Und dreimal in die Luft schlagen, ja. Achtung. Dann halt von hinten irgendwo. War mal nicht so viel Schade. Okay, noch einer. Haben wir noch einer, ne? Okay. Das ist eng jetzt. Ohne Tränke und so. Ohne Tränke und so. Oh ja. Und wieder weggeroll. Da kommt nichts anderes mehr. Ja. Okay. 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 ja er kann nur noch rolle audio seine fuß rausgerissen der eier guckt ich habe das feuer riesen 108.000 runen wo ist ein nefeli jetzt? nefeli hallo ja es war doch schon ein schwieriges stück arbeit aber alles andere was da so liegt das konnte ich alles vergessen da liegt noch was es liegt noch was ja nimm ich mit nix 8 runen gar nix mehr was 1009? wo kommen die her? ich weiß ja keine ahnung wagenkart macht's gut bis dahin